Wie ihr wünscht. Ich hätte nie erwartet, euch so zu sehen, Abil. Blut an den Händen und Furcht in den Augen. Ich hielt euch für schlauer. Ich glaube nicht, dass ich Ski Silberschitt... Ihr glaubt nicht, dass ich Ski Silberschitt getötet habe, oder? Seid ihr gekommen, um mich zu verhöhlen oder um mir hier rauszuhelfen? Ich bin nicht in der Stimmung für belangloses Gequatsche. Nehmen wir mal das ein. Warum nicht? Chaos fließt durch eure Art, und das ist klar. Das Mädchen schickt keine großen Verlust für uns da. Es war ein angemessenes Opfer. Seid ihr gekommen, um mich zu verhöhlen oder um mir hier rauszuhelfen? Leider kann ich das nicht. Ihr seid in einem Netz gefangen, aus dem es keinen Kommen gibt. Ich werde euch dorthin nicht folgen. Ich habe schon genug von der Leibverstreckung kennengelernt. Lebt wohl, Brennoir. Ich hätte euch einen Freund nennen können. Vielleicht treffen sich unsere Vater eines Tages erneut. Ja, kommt jetzt noch alles vorbei? Kommt jetzt Dorn? Nein. Ach, ihr Relikus. Wie sehr ich deinen Scham doch mag. Das Kind von Bar in Ketten gelegt. Die Menschen, die ihr gerettet habt, haben sich gegen euch gewandt. Und behandelt euch nun wie einen lebendig gewordenen Albtraum. Mir fühlt es sich an, in einer Zelle gesperrt zu sein, nach allem, was ihr für diese Stadt getan habt. Ich war schon öfter in Zellen. Juhu. Hm. Ich werde ehrlich sein. Es fühlt sich nicht gerade toll an. Das Leben gibt uns keine Erklärung für das Elend, das sie uns auferlegt. Das weiß niemand so gut wie ich. Ich habe euch vor der Dunkelheit in eurem Blut gewarnt. Mit köttlichen Blut ist nicht zu spaßen. Und in Kontrolle ist die Macht sehr gefährlich. Aber ich bin sicher, dass ihr dies überleben werdet. Euch erwartet ein höheres Schicksal. Ah, oh, jetzt werde ich wieder bewusstlos. Sie sind stärker als ich dachte. Alles, was ich wirklich brauche, ist deine Präsent. Okay, so haut uns ihr Eugenikus am Anfang in die Pfanne. Ich habe euren Tod gesehen. Ihr habt mich reingelegt. Trotz meiner Benötungen erinnert ihr euch beeindruckend. Ich werde euch zeigen, was beeindruckend ist, Magier. Wenn ich ihn komme, hole ich mir euch. Die Wahrheit der Welt herauskommt, vielleicht nicht heute oder morgen, aber bald. Ich werde einen Weg hier herausfinden und wenn ich das geschafft habe, werde ich euch finden. Sag willkommen Scheusal, euer Ende ist näher als ihr glaubt. Es gibt nur wenige, die sich ihrer eigenen Verwundbarkeit besser bewusst sind als ich. Ihr werdet diesem Ort entkommen. Wir werden uns wiedersehen. Fürchtet dieses Treffenkind von Baal. Zusammen werden wir so weit kommen. Ich war es nicht. Ich habe Ski doch nicht getötet. Ich muss einen Weg finden, in diesem Gefängnis zu entkommen. Jetzt weiß ich, dass ich das Verbrechen, das mir vorgeworfen wurde, nicht begangen habe. Der verhüllte Mann hat Ski Silberschild getötet, aber dieses Wissen hilft mir kaum weiter. Ich bleibe weiterhin im Hauptquartier der Flammenfaust eingesperrt. Ich muss diesem Verlies entkommen und meine Unschuld beweisen. Irgendwie. Hm. Ich habe auch nichts an. Ach, Rasten. Wie geht es euch, Benoir? Herzog Bait, freue mich, euch zu treffen. Ich habe Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, wer Ski getötet hat. Mir würde es um einiges besser gehen, wenn ich aus dieser Zelle herauskomme. Verschwendet meine Zeit mit müßiger Unterhaltung. Bait, dazu fehlt mir die Geduld. Immer die zwei. Wenn ihr jemand anderes wärt, dann wäre dies eine einfache Angelegenheit. Für Entar ist sie sehr einfach. Er will auch einen Kopf, das wird sich nicht so bald ändern. Sicherlich nicht, solange seine Tochter in ihrem gegenwärtigen Zustand verbleibt. Aber ihr seid der Schlechter von Saravok, der Held von Baldur's Tor, der Champion von Drachonspear. Verdienst für die Schwerküsse ist unbestreitbar. Leider ist nun auch euer Erbe unbestreitbar. Für ein Kind von Baal kann es keinen Frieden geben. Diejenigen, die in eurer Nähe werden unvermeidlich leiden, so wie Ski, das ist eure Art. Es gibt in dieser Stadt genauso viele Leute, die bereit sind, für euch zu kämpfen und zu sterben, wie solche, die nach eurem Blutlecht sind. Badustre ist in Aufruhr. Nach ausführlichen Überlegungen haben Eltan, der ist zum Glück immer auf meiner Seite, Lea Janav und ich entschieden, dass es für alle das Beste wäre, wenn ihr und die Dunkelheit in euch Baldur's Tor so still wie möglich verlassen würdet. Eine Wache wird euch aus der Stadt hinaus begleiten. Das ist eine armselige Bindung für alles, was ihr uns für uns getan habt. Ich weiß aber, es ist das Beste, was uns möglich ist. Geht weit fort und kommt nicht wieder. Lebt wohl, Berluir. Mein Geld habe ich noch alles, nur meine Sachen nicht. Mir ist egal, was sie über die Silberschildfrau sagen. Eure Sachen liegen auf dem Tisch. Nehmt, was ihr tragen könnt und will durch die Falltüche. Ich warte unten auf euch. Mir ist egal, was sie über die Silberschildfrau sagen. Ihr habt Sarivok getötet, ihr habt das Tor zu den Neuheulen geschlossen. Es braucht einen harten Mann, um so harte Arbeit zu erledigen. Mhm. Praler Stiefel, ah ja, Charisma. Ich bin jetzt hier, Spana-Ball. Die Stadt hat genug Probleme ohne dich. So, dann gehen wir mal da runter. Bereit euch bei der Skulptur zu verabschieden? Sieht so aus, als hätte ich kaum eine andere Wahl. Heißt das ja oder nein? Bin noch nicht bereit. Bereit euch, wir müssen schnell fort. Wenn ihr ihr ledigt habt, war es ihr Mist. Sagt mir Bescheid, ich begleite euch aus der Stadt raus. Okay, hier drin ist nichts Wertvolles. Ja. Folgt mir und bleibt nahe bei mir. Wir werden... Folgt mir und bleibt nahe bei mir. Wir werden die Tunnel unter der Stadt benutzen. Herzog Beth will euch von der Öffentlichkeit fernhalten. Mir recht, glaube ich. Geht die Treppen hinunter und wendet euch nach Westen. Die Höhle ist außerhalb der Stadt zu finden. Habtank. Bevor ihr geht, gibt es noch etwas, was ich sagen möchte. Meine Cousine war in Brückenfort. Der Zauberstehen des Kreuzes hat sie vergiftet. Sie standen an der Schwelle zum Tod. Ihr habt sie gerettet. Ihr habt die Stadt vor Sarivok gerettet. Ihr habt die Schwertküsse vor den neun Höllen gerettet. Mir ist es egal, was irgendjemand über euch sagt. Ihr seid ein Held und das gelügt. Lebt wohl, Brennoir. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich muss die Stadt verlassen. Der Rat der Vier hat beschlossen, mich freizulassen und wir gleich nicht auf die Weise, die ich mir erhofft hatte. Sobald ich meinen Besitz aus dem Hauptquartier der Flammenfaust geholt habe, soll ich aus der Stadt verbannt werden. Vielleicht für immer. Obwohl meine bisherige Taten die meisten im Rat der Vier überzeugten, dass ich für das Gysil wahrscheinlich ermordet habe, bin ich aus der Stadt verbannt worden. Skys Vater hat mir Rache geschworen für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe. Und seht die Saat der Zwietracht unter den Großzherzigen. Um jemals sicher zurückkehren zu können, muss ich meine Unschuld beweisen. Ausgang zur Oberfläche, aber da will ich nicht raus. Ich muss ja nach... Wobei, das ist nur ein kleines Ding hier. Oh, ist das grüner Schleim? Das ist grün Schleim. Noch mehr Grün Schleim. Ich glaube, ich sollte lieber das Weite suchen. Aasgriecher, hallo. Hallo. Äh, ich habe ja noch Zauber, oder? Oh, nicht gut. Okay, so werde ich sterben. Ah, jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Ich habe gedacht, du warst nicht ein anderes Saravoc. Ich glaube, ich habe das falsch gedacht. Guten Morgen. Hm, okay. Okay, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal noch einen Cut, weil wir sind bei eineinhalb Stunden. Ich glaube, es geht nicht mehr so lange, aber... Ja, sicher ist sicher. Ich, äh, lasse den Save, den Kapitel 13 Save, den nehmen wir als Ausgangspunkt und machen dann das nächste Mal da weiter. Also, bis gleich.